Hallo und gesenkt zu Simutrans. Ich habe es wirklich geschafft und zumindest mal zwei Folgen nacheinander aufgenommen. Das heißt, die letzte Aufnahme ist gerade mal ein paar Minuten her. Rendert auch gerade. Jetzt müssen wir nur noch hoffen, dass, wenn es fertig ist, mir das nicht mitten in die Aufnahme reinspringt. Drückt die Daumen, sonst muss ich wieder schneiden. Und ich habe gesagt, ich baue hier einen Bahnhof. Habe ich mir überlegt, wohin? Nicht wirklich, also schon ein bisschen. Ich habe mir nur nicht überlegt, ob es eine gute Idee ist, weil ich aber sehr spontan bin, ganz gern. Ja, baue ich hier einfach oder lege hier einfach Gleise und schaue, was passiert. So, jetzt ziehen wir die einfach mal da runter und dann stellen wir fest, wir sind hier für beides nicht gerade sehr günstig gelegen. Wie machen wir es denn? Ich würde den Bahnhof gerne ein bisschen runter verlegen, dass wir das Gleis hier irgendwie hier hinpacken. Dann wäre da vorne zum Rausfahren frei. Hier müssen wir dann irgendwo... Hm, muss die Bomas natürlich auch noch irgendwo Platz haben. Da müssen wir irgendwie die Straße überqueren. Wird auch nicht allzu einfach. So, lieber Bus, fahr mal da vorbei. Wir müssen die Straße auch zweigleisig überqueren. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Dann fahren wir es so und ja, ich weiß, ohne Route. Und so irgendwie wird dann schon hinhauen. So, Straßenbau machen wir noch schnell. Darüber und so, dann soll das hoffentlich passen. Könnte man es effektiver bauen? Vermutlich ja, weiß ich gerade wie. Definitiv nein. So. Ich glaube viel besser. Wieso bekommt man es nicht hin? Hätte ich das Gefühl. Da müssen wir... Ah nein, es geht glaube ich sogar, oder? Also jetzt bin ich auf der falschen Seite. Super. Aber okay. Lässt sich auch noch lösen. Und zwar... So, irgendwie. Also das ist definitiv eine der wenigen Sachen, glaube ich, wo ich nie irgendwie wirklich sehr glücklich werde. Mache ich mal eine großzügige Vorausschau. Nämlich mit dem, wie bei Simutrans das Gleiserverlegen funktioniert, habe ich schon oft genug gesagt. Das ist für mich da jetzt einfach ein bisschen... Hm, wie nennt man es denn? Schwerzugänglich. Drücken wir es mal so aus. Das war bei Open Transport Icon mir um einiges lieber. So. Dann kommt das weg. Kann ich das weg tun? Ah, da sind noch Fahrzeuge drin. War ja... Habe ich jetzt ein Straßenbahndepot gebaut? Könnte das sein? Na, ich glaube das sind einfach die neueren, oder? Nehme ich mal an. Gut, dann kann man das nächste Rätsel lösen. Nämlich... Ah, da haben wir sogar noch... ...den Plastikzug. So quasi. Warum haben wir den nicht zugewiesen? Wollte ich den vielleicht verkaufen? Na ja, können wir eigentlich fahren lassen. Fährt durch direkt ohne Ladung wieder rauf. Eh, klar. Und dann müssen wir da hinten noch zusammenschließen. Und ein paar Signale aufstellen. Dann bin ich für den Moment zumindest zufrieden. So, dann hier irgendwo auf halber Strecke. Also Moment, da haben wir ja gesagt... Nicht... Äh, Moment. Na, muss schon auf der rechten Seite stehen, oder? Ist jetzt nur, weil man es von der anderen Seite sieht. Hoffe ich. So. Ja. Toll gezielt. So, da war irgendwo noch offen. Genau hier. Und dann platzieren wir hier noch ein Signal. Ich hoffe, das passt so. Und ich habe jetzt nicht gerade irgendwas... ...nen total groben Denkfehler, was vorne und hinten angeht bei den Signalen. Ja, und hier brauchen wir dann den Bahnhof. Und das ist eben jetzt in dem Fall ein Kopfbahnhof. Ist das eine gute Idee? Jetzt fange ich langsam an, drüber nachdenken. Jein. Wir könnten hier Landshut Mitte da runter verlegen. Dann wäre es, glaube ich, okay. Schaffe ich das irgendwie? Jetzt haben wir wieder dasselbe Problem, dass ich nicht hundertprozentig sicher weiß, wie das mit dem Haltestellen verlegen funktioniert. Da gab es ja irgendwo... War das hier? Na, öffentlicher Stopp. Stopp verlegen. Kann nur von Halt zu Halt oder von Wegpunkt... Achso, nein, das wird, glaube ich, eher der Stopp auf einer... Also, im Fahrplan nehme ich an der Stopp. Gut, dann mache ich so, wie ich es normalerweise gemacht habe bei Open-Trance-Border-Kun, auch wenn es ein bisschen erstens mal umständlich ausschaut und zweitens nach Schummlerei ausschaut. Ich glaube, das ist hier schon 50 kmh. Das habe ich da immer so gelöst, indem ich einfach... Auch wenn es ein bisschen teuer kommen könnte... So, das hier sozusagen verlängert habe und dann hier wieder weggerissen und schon war es dann irgendwo anders. Ich hoffe, dass es ist erlaubt, das so zu machen und dann brauchen wir natürlich noch... Welche Bahnsteige brauchen wir jetzt hier? Kleiner Bahnhof, einfacher Bahnsteig. Oh, gute Frage. Was nimmt man denn für Passagiere? Geschlossener Bahnhof. Bahnhof mit Glasdach, das sind ja alles Gebäude, oder? Wobei, ich glaube, der Glasdach-Bahnhof... Genau, das ist einer, der ist drüber. Dann können wir das ja so machen, dann hätten wir schon einiges an Kapazität. Genau. Und zwar 600 Passagiere. Was kostet das? 324 Passagiere, das machen wir aus dem Rest. Einfach für den Moment, auch wenn es nur für Fracht ist, dass es einfach ein bisschen netter ausschaut. Normale Bahnsteige haben wir Länge 5. Ist das genug für unseren Passagierzug? Wir werden es noch herausfinden. So. Dann hier einfach das Übliche und... Ja, für den Moment tue ich mir da jetzt nicht viel an. Das muss einfach so funktionieren. Jetzt brauchen wir eigentlich nur noch einen Passagierzug, weil rein theoretisch kann er ja hier schon halten. Was ich allerdings nicht weiß, da fehlt mir ein bisschen das Gefühl, gebe ich zu, ist die Frage, bei Passagierzügen sollte man da auch auf volle Ladung warten? Keine Ahnung. So oder so brauchen wir mal einen. Suchen wir mal einen aus. Was leisten wir uns denn? So, Lox. Sollen wir mal Diesel probieren? Wie sind denn hier die Kosten? 90 kmh ist natürlich schon eine Menge für unsere etwas gammeligen Gleise. Da würde 80, glaube ich, auch genügend 700 kW. Jetzt will ich gerade schauen. Ja, die Dampflokomotiven haben schon ein bisschen mehr Schmalz. Das ist natürlich die Frage nach den Betriebskosten. Die sind halt schon relativ günstig. Also die hier gefällt mir eigentlich nicht schlecht mit 1000 kW, 1,76. Und die hätte auch, glaube ich, zusätzliche Triebwagen. Das sind die hier. Kostet halt schon eine Menge. 262.000 ist die Frage. Braucht man da die dazu, damit das Ganze auch funktioniert? Ich nehme an, dass man da eine voranstellt, eine hinten nach, eventuell. Was haben wir denn sonst im Angebot? Tender, Tender. Ja, eigentlich sind das, ja, dann nehme ich fast doch die am liebsten im Moment. 700 kW ist halt schon wenig. Huh. Da ist da die Auswahl unglaublich. Oh, Moment, 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 Moment. Da haben wir ja auch schon, ah, die gefallen mir schon, ah, das habe ich gesucht. Das andere sind ja alles okay, das sind alles eher Frachtlokomotiven. Die gefällt mir eigentlich spontan. Fünf, oh, okay, fünf Euro pro Kilometer. Oh. Nicht schlecht. Ja, jetzt muss ich ein bisschen durchschauen, tut mir leid, werden wir nicht drumherum kommen. Ah, die gefallen mir immer super, eigentlich, weil hier ja schon Passagiere mitfahren, aber ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, da kann man nichts mehr anhängen, das sollte dann mal nicht gelb sein. Ich glaube, da kann ich ein bisschen zu viel Auswahl schon fast. Was haben wir hier? 180 KM, da kann ich mir mal Post zuladen. Oh Mann, so viel Auswahl. Die gefällt mir. Die gefällt mir. 114.000, 115.000, 400 kW. Ist nicht viel, aber es passen schon Passagiere rein. Die kaufe ich jetzt einfach mal und schaue, was passiert. Und dann, ah, kann man nochmal welche anhängen, die zusätzlich Power geben. Da passen, ah, da würden ja schon eine Menge Passagiere reinpassen. Sollen wir es mal so einzusammenstellen? Also wenn ich das richtig verstehe, kommt sowas dran und dann das mehr oder weniger als Abschluss, oder? Und dann wäre es jetzt ein komplettes Set. Können wir ja dann später noch erweitern. Probieren wir es einfach mal. Und ich nehme jetzt für den Moment den Bahnsteig. Sollen wir hier halten? Macht das Sinn? Ich glaube schon. Ich hoffe. Und theoretisch wird es auch interessant sein, natürlich hier zu halten in Schwerin. Das machen wir, glaube ich, auch noch. Das machen wir auch noch. So, ah, das ist ja wieder das. Das müsste ich mir auch noch sagen. Ich hoffe, das hat noch keiner geschrieben. Und ich mache jetzt doppelte Arbeit. Aber kann man... Ich habe es mir jetzt nicht geschafft, nachträglich das irgendwie machen. Ich habe immer das Gefühl, ich muss vorher... Das ist auch ein leichtes Durcheinander. Ich muss immer vorher die Gleise bauen und dann die Straße. Geht das umgekehrt? Gute Frage. Obwohl, eigentlich soll es genügen, wenn man so macht, oder? Nein. Es stimmt schon. Da muss ich mich ein bisschen besser noch informieren. So, ist hier die Bushaltestelle eigentlich direkt dran? Ist sie nicht? Könnte man natürlich auch noch machen. So, hier machen wir jetzt einfach nur mal so. Ich hoffe, das macht jetzt alles gerade Sinn. Ich bin, falls es irgendwer noch nicht gemerkt hat, übrigens wieder beim Experimentieren. Theoretisch könnte man hier auch halten. Und dann auch hier und bei der Rückfahrt auch wieder. Einfach mal testen. Schauen, was passiert. Ob ich pleite gehe mit dem Plan, hoffe ich natürlich nicht. Hier halten wir dann auch nochmal. Und fertig sind wir. So, schauen wir mal. Start. Bin sehr gespannt. So, dann werden wir das mal verfolgen, unser neues Projekt. Lassen wir mal ein bisschen laufen. Schauen, was passiert. Immerhin, 21 Passagiere wollen schon damit fahren. Der wird natürlich ordentlich im Stau stehen. Vor allem im Moment, weil hier immer noch überhaupt nichts weiter geht. Zwölf Passagiere, das heißt ein paar sind hier hingefahren. Es ist jetzt die Frage, wie viel der Minus macht. Also er wird natürlich Minus machen. Keine Frage. Ist jetzt auch maximal unterwegs mit den 60 kmh. Wie gesagt, Experiment. So, ich hoffe, das tut der Aufnahme nicht allzu schlecht, wenn ich das mache. 124. Das stelle ich mir schon eher vor. Dann schauen wir mal. Ich lasse ihn jetzt einfach mal fahren. Ah ja, schaut euch das an. Da sind einige da runtergefahren. Da müssen wir uns natürlich dann stark überlegen, ob man den Bus überhaupt noch... Ja, natürlich brauchen wir den. Wir müssen uns allerdings überlegen, ob wir die Stops wieder rausnehmen, weil das nimmt eventuell jetzt sehr viel Kapazität weg. Kann natürlich sein. Im Moment geht es noch, aber stellt es euch mal vor. Ja, da brauchen wir unbedingt eine zweite Brücke. Stellt es euch mal vor. Da fahren 200 Leute in die Nachbarstadt. Und es haben einfach nur mehr ein paar Platz, um die große Strecke zu fahren. Oh, 214. Ja. Das heißt, das wird schon etwas beliebter. Und jetzt ist eben die Frage, wenn man hier 214 Passagiere mitnimmt, genügt das schon, um ein Plus zu machen? Vermutlich nicht, weil wir haben jetzt natürlich zwei teure Triebwagen. Und nur einen Passagierwagen dazwischen geklemmt. Das werden wir auf jeden Fall ausbauen müssen. Das war gerade Monatsende. Ja, die meisten sind hierher gefahren. Ja, okay. 201 Passagiere. 148. Ja, ich glaube fast. Wir schicken das Ding ins Depot. Jetzt müssen wir mal schauen. Wie schaut es denn hier aus? Haben wir da schon eine Überfüllung? 355. Davon sicher schon eine Menge. Sogar schon ein Sack. Der Sack Post, ich glaube, der kommt da rauf. Okay, das heißt, ich schicke das Ding nochmal ins Depot und hänge noch zwei, drei Waggons an. Und dann ist wirklich die Frage, machen wir mit dem Gewinn oder nicht. Aber ich habe mal gute Hoffnung, dass ja. So, tut mir leid, wenn ich es jetzt ein bisschen laufen lasse, aber ich habe das Gefühl, das muss gerade sein. So, dann sollen wir jetzt gleich ins Depot schicken. Warp, nur noch, bis er das abgeliefert hat, oder? Jawohl, jetzt schicken wir ihn ins Depot. Hoffe, das ist eine gute Idee. Ah, der will jetzt da rauf fahren ins Depot. Äh. Super. Wie löse ich das jetzt wieder auf? Der will jetzt da rauf fahren, oder? Das ist das für ihn, das Nähegelegen. Ja, gut, dann muss ich den. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie ändern kann. Das machen wir es in dem Fall so auch nicht ganz so schlimm. Hauptsache, wir bekommen es irgendwie geregelt. Dann starten wir den wieder. Und den bauen wir jetzt aus. Schaffe ich das? Ich hoffe. Wie? Kann ich den irgendwie abkoppeln? Das hätte ich mir vorher überlegen sollen. Okay. Habe ich ihn jetzt verkauft? Ah, na. Der ist jetzt hier natürlich. Genau, der ist dann nach unten gewandert. Anhängen. Ah ja, passt. Ich habe es geschafft. Super. Habe ich das auch mal hingebracht. Ohne lange rumprobieren. Bisschen durch Zufall gebe ich zu, aber okay. So, dann verfolgen wir dich mal wieder am Rande. Jetzt ist natürlich die Frage, Gesamtkontostand. Wie schaut es mit dem aus? Der ist natürlich ordentlich runtergegangen durch die Zukäufe. Jetzt ist die Hoffnung, das hat kurz aufgeblitzt. Ich hoffe, man sieht es in der Aufnahme nicht, weil das Rennen anfertig geworden ist. Ich hoffe, das erholt sich natürlich wieder. Und das war jetzt keine Fehlinvestition. Im Moment wäre der jetzt noch leer. Aber ich glaube, das wird sich gleich mal ändern. 244, ja. Okay, weil der macht natürlich ein ordentliches Minus im Moment. Hoffe mal, das pendelt sich ein. Dass ich ihn noch gerade rauf fahre und schaue, wie viel man da nachher bei 218 Passagieren, wie viel wir da Geld machen. Ich hoffe mal ein bisschen was. Steht an der Brücke. So, jetzt ist er da. Und wie schaut es aus? Hm, das war jetzt nicht gerade viel, oder? Habe ich mich verschaut. Okay. Bin ich mal noch nicht so glücklich. Dann müssen wir, glaube ich, nochmal verlängern. Diesmal aber werden wir eher schauen, dass wir das unten machen. Okay, die anderen Sachen mal schnell durchchecken. Hier ist mal keine Überfüllung. Das ist gut. Da ist dafür sehr voll. Die Frage, warum? Haben wir jetzt wieder das Problem. Ach so, weil nicht jeder auf der Plastik Plus fährt. Vielleicht, vermutlich, eventuell. Das kann sein, oder? Es werden die einfach nicht voll geladen. Doch, die werden voll geladen. Okay, das heißt, da liegt ein bisschen Geld, aber ist okay für den Moment. Ich, ja, das Problem, das muss ich unbedingt lösen. Das habe ich leider nicht angeschaut zwischen den zwei Aufnahmen, weil es eben so spät am Abend schon ist, dass ich gleich direkt durchgespielt habe. Warum steht der jetzt hier, ist die Frage. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Soll ich das Signal doch nochmal austauschen gegen ein solches? Schauen wir es uns dann nochmal an. Okay, der fährt natürlich, ja, so funktioniert es. Und irgendwie, der steht jetzt irgendwie schneller reserviert. Gut, der war jetzt bis da noch besetzt. Ah, okay. Jetzt weiß ich, glaube ich. Er reserviert nicht bis hierher, weil das kein Halt ist für ihn. Das heißt, das heißt, das machen wir jetzt so. Das machen wir jetzt so. Also, passt auf, Holz bleibt nicht mehr hier stehen, sondern hier und fährt über den Wegpunkt wieder raus. So. Macht das Sinn. Wir werden sehen. Und Stahl bleibt hier stehen, fährt so wieder raus. Das wäre eh okay. Okay. Dann ist theoretisch hier ein reines Ausfahrtsgleis und das Signal darf ich platzieren, ohne dass es Probleme gibt. Theoretisch. So, wo ist unser Passagierzug? Nein. Entdecke ich ihn so offensichtlich nicht. Schwerin Bahnhof wird es vermutlich auch jetzt schon. Oh, da sind schon viel zu viele Passagiere. Nach Landshut West wollen die alle. Okay, das heißt, die wollen hier hin. Das ist natürlich auch nicht besonders schön. Man fährt nach Oberhausen, aber viele auch nach Landshut. Okay. Moment, nach Oberhausen. Achso, die wollen gar nicht nach Karlsruhe. Die wollen alle nach Oberhausen. Sprich, mit dem Flieger sind die dann unterwegs. Hm. Echt jetzt? Sammelt sich das so an hier, offensichtlich. Hm. Gut, dann werden wir, glaube ich, den Fahrplan hier ein bisschen ändern. Ja, ich mache mir sowieso Sorgen, dass wir an dem Passagierzug hier jetzt pleite gehen. Ja. Gut, dann ändere ich da jetzt den Fahrplan. Wenn wir das ein bisschen äh, verschlanken. So, Moment. Äh. Wollte eigentlich auf so schalten. Warum hat er jetzt nur ... Warum hat er die für Oberhausen nicht mitgenommen? Ich glaube, das verstehe ich gerade noch nicht ganz. Ah, hier hält doch der Bus, oder? Kann das ... Uh, ich verwirre mich gerade selbst. Öh, aber ihr werdet es sicher eh schon wissen. Äh, nicht Oberhausen, Schwerin, wollen wir haben. Regionalbus. Wo haben wir das? Landshut Schwerin. 1073. Okay. Schwerin Bahnhof Landshut West. Warum nehmen die nicht den Zug? Ah, Landshut West. Da warten. Ach, puh. Okay. Hm. Hm. Rein theoretisch, glaube ich, wäre es die bessere Idee, wenn wir entweder Schwerin komplett auslassen. Ja, und da warten jetzt einfach deswegen so viele weil es die Kapazität zum Teil hat. Okay, im Moment ist ein bisschen Chaos angesagt. Das heißt, die Linie ist ja, überfüllt, da geht es gar nicht. Das heißt, da werden wir jetzt ein paar Busse uns leisten müssen. Darf ist, glaube ich, 40 km. Ah, es ist schon 70 km. Ja, aber dann können wir öfter mit den aber schnellere Busse hier umstellen. So, für... Puh, ich sag's euch. Regionalbus. Oh, Landshut Schwerin, oder? Das heißt, auf der Linie fahren jetzt... Na gut, die anderen, die Twin Coach, die müssen wir dann gelegentlich raushauen. Ich glaube, ich habe noch nicht ganz den Durchblick. Ah, die wollen alle nach Oberhausen. Okay. Das heißt, das war gar nicht die richtige Linie, oder nicht die... Ah, okay. Das heißt, die wollen alle zum Flughafen. Und da warten auch eine Menge... Oh, Mann, oh, Mann. Okay, 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 äh... So. Ihr werdet euch wieder köstlich amüsieren. Oh, ich sehe, die Folge ist zu Ende. Ich nehme noch eine auf. Es ist zwar schon nach Mitternacht, aber ich nehme noch eine auf und ich werde probieren, das Problem hier aufzulösen. Der Zug gefällt mir im Moment, ehrlich gesagt, gar nicht. Da zahlen wir, glaube ich, eher drauf. Momentan, das müssen wir alles noch ein bisschen richtig stellen. Aber hier ist ja totales Chaos angesagt. Ich mache jetzt eine Pause. Nehme ich noch eine Folge auf für euch. Gut, dann. Alles Liebe, alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, wir denken. Und baba. Tschüss, ciao, wir sehen uns beim nächsten Mal. 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 Tschüss, wir sehen uns beim nächsten Mal. Vielen Dank.